Hallo, ich wünsche euch einen schönen Pfingstmontag und herzlich willkommen zum Wetter hier bei wetter.net. Ja, wie versprochen ist der Pfingstmontag heute der schönste Tag vom langen Pfingstwochenende. Das Hochsteffen, das bringt uns in ganz Deutschland sonnesatt. Von Flensburg bis nach Garmisch-Partenkirchen, da ist der Himmel wirklich wolkenlos. Und überall dürfen wir uns heute über 14 bis 15 Sonnenstunden freuen. Die Temperaturen, die steigen jetzt am Nachmittag so auf Werte zwischen 22 Grad Richtung Küsten auf bis zu 28 Grad im Westen und Südwesten des Landes. Also heute Nachmittag wirklich bestes Grill- und Ausflugswetter. Da heißt es rausgehen und das schöne Wetter genießen. Auch der morgige Dienstag, der bringt nochmal viel Sonnenschein. Dank hoch Steffen, wieder 13 bis 15 Sonnenstunden, das überall und selbst im hohen Norden. Da wird morgen wieder ein Sommertag erreicht werden mit Temperaturen über 25 Grad. Aber auch im Rest des Landes, da werden 23 bis knapp 30 Grad erwartet. Die höchsten Temperaturen wieder entlang des Rheins, aber auch der Mosel, der Saar und der Nahe und im Südwesten des Landes. Und überall bleibt es auch morgen am Dienstag nochmal überwiegend trocken. Ja, spannend wird es am Mittwoch. Deswegen genießt das schöne Wetter, denn der Mittwochnachmittag bringt dann zunehmend aus Westen Schwüle mit sich, schwülwarme Luftmassen. Und es bilden sich die ersten Schauer und Gewitter ab Mittwochmittag und besonders am Mittwochnachmittag. Und dann müssen wir tatsächlich von West nach Ost auch mit ersten kräftigen Gewittern rechnen. Und die fallen zum Teil auch unwetterartig aus mit Starkregen, mit Sturmböen, mit Hagel. Da ist also alles Mögliche mit dabei. Und es gibt zum Teil auch heftigen Starkregen immer wieder am gleichen Ort. Und deswegen sind auch Sturzfluten möglich, denn die Gewitter ziehen insgesamt nur sehr, sehr langsam von Ort und Stelle. Und laden daher ihre nasse Fracht immer wieder am gleichen Ort ab. Das kann also ziemlich ungemütlich werden für die Regionen, die von heftigen Starkregen betroffen sein werden. Die Temperaturen, die werden am Mittwoch langsam schwülwarm. 22 bis 29 Grad, vielleicht im Westen auch nochmal knapp 30 Grad sind dann drin. Ja, und ab Donnerstag, da bleibt es dann ziemlich gewittrig mit vielen Schauern, teilweise auch weiterhin mit Sturzregengefahr. Und mit Hagel und Sturmböen, also eine sehr ungemütliche Wetterlage. Und die Temperaturen, die gehen dann ab Donnerstag, Freitag deutlich zurück. Es gibt einen Temperatursturz. Die Höchstwerte spätestens bis zum Wochenende noch um oder unter 20 Grad. Also gut 10 Grad kühler als noch heute und in den kommenden beiden Tagen. Ja, und auch die zweite Juniwoche scheint dann eher wechselhaft auszufallen. Mal Sonne, mal Wolken. Immer wieder recht unbeständig. Schauer dazwischen. Eben kein ausgiebiger Landregen. Immer nur diese punktuellen Schauer. So typisches Aprilwetter würde ich es mal nennen. Und das im Juni. Die verfrühte Schafskälte könnte man auch sagen. Und die Temperaturen liegen dann nächste Woche auch meist nur so um 20 Grad. Also sommerliche Aussichten sind das erstmal nicht. Deswegen den Tag heute am Dienstag und auch noch am Mittwoch genießen, rausgehen, die Sonne tanken. Denn das schöne Wetter geht ab Donnerstag wirklich mit einem Temperatursturz zu Ende. Und dann wird es erstmal ziemlich wechselhaft für ein paar Tage werden. Wann das nächste hochkommt, das ist momentan noch unsicher. Das müssen wir erstmal abwarten. Doch dazu im Verlauf dieser Woche noch mehr hier bei Wetter.net. Ja und wem das Video gefallen hat, lässt bitte wie immer einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, bitte abonniert auch unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen sonnigen Restpfingstmontag. Geht mal raus, genießt das schöne Wetter. Das werde ich nun auch tun. Tschüss. Tschüss.